Huh! Baby! Quite intense, quite intense. Bin schon gespannt, wie das weiterlaufen wird. Jetzt doch immer Schrott. Ah, da kommen wir gleich rein. Hallo! Eine besondere kleine Kiste bringt sich in einem Triebwagen in der nahegelegenen Schlucht. Doch der Handlanger haben dort ein Camp erreicht, um das Gebiet zu bewachen. Also, sei vorsichtig. Find the blue... Okay. Das heißt, das erste Mal gegen die Kollegen fighten, die Handlanger von der TÜV-TÜV sind, was ich so mitbekommen habe. Vor dem Einsturz habe ich mit meiner schönen alten Grubenbahn einen Ersatzbetriebwagen in die Schlucht geschoben. Ich dachte, ein Triebwagen wäre der optimale Ort, um wertvolle Habsfähigkeiten zu verstecken, vor allem auf einer ländlichen und unverständlichen Strecke. Ich wollte vor ungefähr einer Woche etwas aus meinem Triebwagen in die Schlucht holen. Doch einige von Warrens Männern haben dort ein Lager oder eine Art Stützpunkt errichtet. Ich weiß nicht, wie ich am besten an meine Kiste komme und ich weiß auch nicht, wie lange ich sie überlebe. Okay. 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 Dann muss man hinlaufen. Oder? Ja. Das scheint mir so. Dann nehmen wir hier gerade aus. Bis ich hier hinfahre. Aber egal. Mach mal einen Meter. Mach mal einen Meter. Bohrspulen. Boh 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 Boh. Okay, hier sind die Kollegen. kann ich den entschlagen ich habe ja keine waffe der will nicht reden was das da im kreis mit mir junge wir müssen ja Wink! Wortschot! Stop right there! Okay. Wie kann ich bitte dich? War nicht so gut gespielt, gebe ich zu. Aber wie hätte ich das anders spielen sollen, Kollege? Was brauchen wir eigentlich da? Ich habe mir das vorher nicht durchgelesen. Die oder das Bleu Kiste, wenn dich im Triebswagen in der Schlucht bringen, die Kiste für eine Kiste. Also, vielleicht sollte ich nicht von oben kommen, sondern von der Schiene. Ja, ja, hier ist ein Weg. Also, weil hier Schrott ist, wird hier gezagelt. Wir sollen hier laufen. Der wollte vorhin nur reden. Drückt mir eine Schrotladung in Zephras. Wer ist das hier? Mann, pisst dich doch! Wir machen so einen Meter. Aus der Balken gibt es ja nicht. Boah, der ist, glaube ich, aber schneller als ich. Ich werde dich schütteln! Bitte nicht! Oh, ich werde dich schütteln! Boah, shit, ist der schnell! Ich bin fast! Ich bin fast als fuck, boi! Schnell, 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 schnell. Wo ist die Kiste, wo ist die Kiste, wo ist die Kiste? Fuck, 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 fuck. Come on, where are you? Oh, der kommt schon wieder. Das ist die fucking Kiste. Laufen, 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 rückzug. Boah, der ist schneller als ich. Laufen. Oh, oh. Gleich knallt's. Ich geh in meinen Zug und tötel den. Zick, zack, zack, zack. Den Bot an, alter, das zieht. Easy. Junge. Kann ich drin sein, der Schrot? Nee. Okay, dann haben wir das auch. Hier, die sind schneller als ich. Haben ne Waffe. Zwei Punkte, die, ne, cool sind. Gar ne cool. Bitte spinnen. Die spunnt doch keiner. Nee. Wo ist jetzt hier die Kiste, die er, der braucht? Hier war ich doch vorhin drin. Nein, ich stand sogar vor der. Nein. Egal. Bill, schütt du. Ach, mit diesen. Reagierst du auf die andere TÜV-TÜV? Äh, wo ging's denn nochmal hoch? Da. Okay, danke für den Schrott. Hier liegt auch wie bei dem Schrott. Ja. Hier liegt irgendwie gut Schrott. Hier war ich schon drin. schon gemerkt, mein Zug macht wenig Damage. Dann muss ich nicht eher auf Schaden gehen. Zwei für Repair. Na gut. Ich würde sagen, wir fahren da so nochmal im Kreis. Oder? So. Kann dann sowieso nur so. so durch. Und holen uns dann hier. Das ist die Waffenmission. Ich fahr los. Und wir sehen uns bei Part 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Lasst ein Kommi da. Und ein Like. Und wir sehen uns bei Part 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020